Was ist das Lechtal? Ja, das Lechtal ist ein Heilpflanzenparadies. Nirgends auf der Welt, glaube ich, gibt es so eine Vielzahl von Heilpflanzen wie hier im Lechtal. Das hängt natürlich mit der Geologie zusammen und vor allem auch, was die Besonderheit anbelangt, die Höhenlage. Je höher eine Pflanze wächst, umso inhaltsstoffreicher ist diese Pflanze. Und da sind wir wirklich im Paradies. Das muss man einfach sagen im Lechtal.